ja mal leute was geht heute mit einem neuen geilen video einfach kotz suchen kommt sorry leute heute ein geiles video heute haben wir dumm 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 ich komme einzeln poppy playtime bumm wir fangen mit den ersten an hagiwagi in mini hier haben wir hagiwagi die großen sind mit klettverschluss leider nicht aber finde ich nicht schlimm die sind made in china findet ihr das spiel nicht kennt also das spiel als poppy playtime das kostet zwar ein bisschen geld aber holt es euch das lohnt sich echt das ist echt ein geiles spiel leute war jetzt bisschen werbung von poppy playtime so ist das erfolgreichste horrorspiel was es gerade gibt und zieht euch die augen mal rein die sind so knapp finde ich cool der mund er hat schärfe scharfe zähne kursiert guck mal der jumpscare wenn einfach der jumpscare kommt man kann das doch nicht mehr ernst nehmen jumpscare jumpscare das kann man doch nicht ernst nehmen mit den augen ist auch so meine kleine schwester ist auch dabei sag mal was hallo tja und sag mal ehrlich wenn jumpscare so zu dir kommt kann man doch nicht ernst nehmen egal das war die kleine erste aber wir machen einfach weiter mit den artgenossen den kleinen verterchen den kann man schon etwas ernster nehmen nach meiner meinung nach da sind die augen nicht mehr so süß bei so einem großen mund der ist schon etwas größer und wie ich gemeint habe an der füße nicht aber hier hat der kletterschluss so und ja jetzt habt ihr schon gesehen hier noch die mutter kissy messy ist schon also etwas gruselig muss ich ernsthaft mal sagen aber ich finde den blauen der ist schon etwas gruseliger aber aber pop man muss dazu sagen kissy messy ist im spiel nicht böse sie ist im spiel nicht böse deshalb alle hashtag kissy missy beste in kommentaren schreiben bitte macht das für kissy messy ihr habt bestimmt schon die video von den anderen youtube gesehen das ist einfach zu wild die die macht einfach nur so den knopf auf und geht einfach wieder weg so aber ey guck mal den jumpscare kann man schon etwas ernster nehmen so und das hier ist hagiwagi und der ist böse bam 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 guckt euch diesmal an hagiwagi ist etwas größer auch vom kopf her so so etwas größer aber ich finde es doof dass Hagiwagi keine Steife hat aber ist nicht schlimm hauptsache man kennt Hagiwagi er ist schon etwas größer als die also wenn man jetzt mal guckt Arme ist einfach von die 10 Millionen mal länger als von Hagiwagi alles dreierig schöne Figuren man kann einfach schon sagen dass es Hagiwagi in Pink die hier so hier hat man so Mutter Vater Kind Mutter Vater Kind einfach Mutter Vater Kind einfach eine schöne glückliche Familie warte hier ist ein Faden den muss ich einfach abhaben also ich guck mal kurz nach Schere hier auch noch weil die kleinen hier auch Fäden müssen einfach abhaben gefühlt bei jedem egal Leute ich mach das später ich werde das Video damit die versauen also ich finde das sind einfach alles richtig schöne Figuren holt euch die auch die sind sehr komplett weiß sind die aber ich wünsche ihr könnt einfach fühlen das hier ist der Schlüsselanhänger der hat 5 Euro gekostet der hier hat 15 Euro und sie hat hier 10 Euro also richtig gute Preise so dabei sind die sind die Beine einfach gleich lang aber die Arme sind einfach von Kissy Missy länger guck mal sie hängt oder guck mal Leute passt auf wie ist das mit Hagiwagi dann war einmal ja muss einfach sein muss muss das ist einfach eine muss okay Hagiwagi sieht schon gruselig aus echt krass hier sieht man die Naht und das war's mit dem Video Leute holt euch die Figur die sind richtig geil hier nochmal ein Bild mit alle drei Hagiwagi so alle drei Hagi das ist einfach Kind so das ist einfach Kind die beiden die vermehren sich einfach so das war's mit dem Video ich hoffe euch hat's so ich hoffe euch hat's gefallen lasst ein Abo und ein Like da aktiviert die Glocke wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und ciao